Hi, ich bin die Chrissi und ich stelle euch heute die TWX 400 vor. Die TWX 400 ist ein Reifenabdrücker von TwinBush für schnelles und felgenschonendes Arbeiten. Eine ergonomische Arbeitshöhe und ein frei bewegbarer Schlitten für das Rad erlauben ein effizientes Arbeiten. Der kraftvolle Zylinder drückt den Reifen dabei mit 2500 Kilogramm ab. Durch das waagrechte Abdrücken wird die Felge geschont. Ein seitlich angebrachter Hilfsteller erleichtert das Wenden des Rades. Optional hilft ein schwenkbarer Hilfsarm in der Reifenstraße. Die TWX 400, für alle gängigen Reifen geeignet. Zusammen mit dem optionalen Rollentisch, der Ablagebox und dem schwenkbaren Hilfsarm die ideale Lösung für ein ergonomisches und schnelles Arbeiten. Besuchen Sie uns auch in einer unserer Filialen. Mit elf Niederlassungen in sieben Ländern, auch in Ihrer Nähe. Wir bieten Ihnen Beratung und Produktvorführungen in unseren Ausstellungsräumen. sowie Vertrieb und technischer Service auch vor Ort mit unserer Serviceflotte. Eine Lagerlogistik mit einem großen Bestand an sofort lieferbaren Produkten. Ersatzteil- und Reparaturservice. Aufbauvideos mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Sowie ständige Neu- und Weiterentwicklungen unserer Produkte. Alles aus einer Hand. Von Hebebühnen über Reifenmontage und Reifenwuchtmaschinen. Neunfach ausgezeichnet als beste Marke. Twinbush Germany. Ihr kompetenter Partner im Bereich Hebebühnen und Kfz-Werkstattausrüstung. Die Kfz-Werkstattausrüstung. die Kfz-Werkstattausrüstung schield jez. Einigen, die Kfz-Werkstattausrüstung zu ba 19. Oberg transmisierte Teil der Produkte. PlastiskAdagsumierte Nachmut Nein Coödie. 1 Jahre alt. Vielen Dank.